Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Hexit. Ja, wir sind gerade vollkommen im Weihnachtsmodus sozusagen und für heute hatte ich mir überlegt, eigentlich wollte ich ja, dass es draußen überall Schnee ist. Ich habe bestimmt jetzt eine Stunde im Testspielstand herumgegammelt und darauf gewartet, dass es hier überall schneit und Regen gemacht und was weiß ich nicht was. Es will hier einfach nicht schneien. Um uns herum war überall Schnee, also jetzt auch nicht überall, aber ihr seht das schon hier. Also es liegt da hinten auch schon ein bisschen mehr Schnee und so. Aber hier dieses Gebiet wird einfach nicht, da kommt einfach kein Schnee hin. Deswegen müssen wir wie in Deutschland wahrscheinlich Weihnachten ohne Schnee feiern. Aber ich hatte mir überlegt, wir werden den Eingang hier mal umsetzen. Und zwar hätte ich den Eingang gerne hier. Schub, schub. Ich brauche aber vorher noch was anderes. Und zwar habe ich eine andere Mod drauf. Und zwar Add Wintercraft. Und da gibt es dieses Ding und das würde ich mir ganz gerne machen mit drei Blümchen, dreimal Dings und einem String. Okay, dafür brauchen wir aber erstmal wieder unsere Schere. Und die brauchen wir auch noch für was anderes, was ich mir nämlich noch machen möchte. Ui, schwupp. Und da haben wir wieder. Es ist immer Nacht, wenn ich spiele. Es ist beängstigend. So, komm mal her. Gib mir mal Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Gib mir Wolle. Gib mir alle eure Wolle. So. Okay. Jetzt fresst was, damit ihr wieder neue Wolle habt. Ich brauche mehr Wolle, Freunde. Ich brauche viel mehr Wolle. Okay, dann gehen wir uns ein wenig hier von den Bäumchen schnacken. Oh, fuck. Klack, klack, klack. Klack, klack. Hier haben wir übrigens voll den Wald gebaut. Ich kann euch das gleich mal zeigen, wenn wir wieder oben sind. Das ist schon ziemlich heftig. Also habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Hallo, könnt ihr mal fressen, damit ihr wieder Wolle kriegt. Ich brauche Wolle. Ich brauche viel mehr Wolle. Ja, du bist cool. Hallo. Jo, Schweinchen. Komm rein. Ist kein Problem. Hier bist du sicher. Komm. Ich habe eine gute Idee, wo du hingehen kannst. Ups, ups. Komm her jetzt. Ich lasse mich schon wieder viel zu sehr von anderen Sachen ablenken. Sodass ich wahrscheinlich wieder am Ende es nicht schaffe, das zu machen, was ich eigentlich ja machen wollte, ne? Ach, komm, ey. What the fuck? Ja, geht weiter rein. Genau. Ja, sauber. Genau so muss das laufen. So, erste Schwein haben wir auch geklärt jetzt hier. Schwupp. Hat einer von euch nochmal ein bisschen Wolle? Nein? Okay. Dann werden wir mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ähm, nicht wirklich weit. Vielleicht müssen wir gleich nochmal ein bisschen gucken, ob wir nicht ein paar Wollblöcke bekommen. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die Tür, um die neue und um das Loch in der Wand, was auch kein Mensch haben möchte. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie es bei euch so ist. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Habt ihr voll Bock auf Weihnachten? Oder sagt ihr eher so, ne, Weihnachten ist jetzt gar nicht so meins. Würde mich tatsächlich interessieren. Das ist alles Marmor. Wow, das kann ich alles nicht gebrauchen. Ähm, wo ist denn unser Dingens hier? Dingensbummens, so. Machen wir eben einmal Klack und einmal Klack, damit wir weiße Wolle herstellen können. 15 sind zwei. Ich brauche auf jeden Fall noch dreimal weiße Wolle. Gut, der Plan war jetzt aber erstmal was anderes zu machen. Und zwar das mit ein paar Blümchen und einem String. Müsste dann nach allem Riese... Hä, wie war das denn jetzt? Äh, wie ging das jetzt? Ich wollte doch hier das da haben. Hä? 4, 3, 4, 3, da. So einfach geht das. Und dann kann man das nehmen und das nehmen und dann hat man hier eine schön dekorierte Tür. So, jetzt brauche ich noch Glas. Ich hatte doch so viel Glas, oder? Ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, hier ist noch Graue Woll übrigens. Ton. Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ich kein Glas mehr habe, oder? Oder? Dann brauche ich den Schüssel wieder. Äh, schwupp. Dann schüsseln wir mal eben hier 1, 2 zu dem mit Galsschiefer. Aber du gehörst doch auch eigentlich da rein, mein Freund. Also, so geht das nicht. So, der Eingangsbereich ist dann jetzt neu. Der kommt dann... ...da hin. Da kommt dann die Tür hin. So, schön. Und jetzt bauen wir hier... Machen wir mal eben ein bisschen Platz im Inventar. Ach, weil ich habe ja gar keinen Platz im Inventar, ne? Sieht man ja wohl mal. Ne, Quatsch. Ähm... Der Schüssel kann wieder weg. Und dann brauche ich... ...dieses... ...jenes welcher... Ach, guck mal, da ist noch rote Wolle. Ich finde immer mehr Wolle. Aber ist denn mit meiner Nase schon wieder los, verdammt, und so genäht. Mano. Äh. Ähm... Was habe ich jetzt getan? Ich habe das getan. Ich brauche 5, meine Freunde. 5 brauche ich. Und deswegen muss ich hier die auch noch rausnehmen. So. Wow. Okay. Dann kann das da wieder rein. Das, 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 das. So, wunderbar. Und ich brauche ein Netherbrick. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 1, 2, 3, 4, 5, ja. Perfekt. So, okay. Dann einmal. Klack, 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 klack. Nase juckt wie verrückt. Ich weiß nicht, warum ist das tot. So, und bam. Kaminäuler. So, jetzt brauchen wir Bruchstein. Ich denke 5. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Jo, perfekt. So. Das kann da rein, das kann da rein. Das brauche ich eventuell noch. Stein, 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 Stein. Das kann da hin. Okay, wie schaut's? Der kommt hier hin. So, dann kann ich nochmal kurz nach Wolle gucken gehen. Ich sehe nämlich, meine Schafe waren fleißig, haben Gras gefressen und haben wieder Wolle am Start. Das ist natürlich sehr gut. Oh ja, alle. Naja, fast alle, ne? So, 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 so. So, okay. Hier noch irgendjemand Wolle am Start? Ja, du hast noch Wolle am Start. Gut, guter, guter Wolle. Äh, hallo, irgendjemand von euch mal gewachsen? Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Wenn von euch mal jemand wächst. Wäre mal ein schönes Weihnachtsgeschenk oder so, dass mal so ein Schokobo wächst. Aber nein, warum denn? Ich hab ja nur, keine Ahnung, auf dem, äh, in dem Testspielstand irgendwie mal, ich glaube, 10 Kuchen oder so an einen verfüttert. Und der ist immer noch nicht groß geworden. Macht Sinn, mir dann überhaupt solche Kuchen zu geben. Wenn sie eh nix bringen. Ne, bin ich voll bei euch. Ach, ne, ist das, das ist, das ist, äh, brauch ich gar nicht, ne? Egal. Lass uns alles, alles weiß machen. So, 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 und jetzt brauche ich eine weiße Couch. Klack, klack, klack. So, guck mal, ist das nicht schön? Jetzt haben wir eine kleine Sitzecke mit Kamin, die kann man sogar stehen lassen. Die ist auch über Weihnachten hinaus sehr schön. Den Eingang haben wir ein bisschen verändert. Da müssen wir uns dann natürlich nach Weihnachten eine neue Tür bauen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ich hätte halt gerne hier für ein bisschen Deko, aber in Wintercraft hier so Stockings und so brauchen alle Polarbeerfell und das habe ich halt nicht. Weil das eben kein neuer Spielstand ist und die Welt halt nicht direkt auf Dingsge, äh, also auf, 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 ähm, du sagst schon, auf Wintercraft geeicht ist sozusagen und deswegen habe ich das alles nicht. Ich habe das alles nicht, äh, äh, wir können mal gucken, Mr. Crayfish, hat der vielleicht noch irgendwie Deko, die wir da hinhängen können? Der hat auch nur dreieinhalb Deko-Sachen, also von daher bringt es auch nicht wirklich viel. Schade, 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 geht eigentlich auch die Couch mit anderen Farben? Vielleicht wäre ja rot ganz cool, ne? Wartet mal, das will ich mir jetzt aber mal, ich habe keine roten Dings mehr, aber ich habe roten Farbstoffe hier. Rote Wolle brauche ich eh für, ähm, 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 nein, geht nicht. Okay, dann halt nicht, ihr Schweine. Das ist ziemlich gemein von euch. So, ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal noch gesagt, ich dekoriere weiter, ne? Habe ich euch wahrscheinlich noch gar nicht gezeigt, deswegen machen wir das doch einfach mal kurz. Ich habe hier überall, wow, Lampenaufgang. Mh, hier draußen auch, guckt mal, an der Scheune, Lampis. Und hier an der Scheune, Lampis. Überall, Weihnachten. Und hier, meine Schokobos sind auch voll ausgeleuchtet mit Lampis. Und da oben haben wir auch Lampis. Am Netherportal sind Lampis. Überall sind Lampis. Überall. Es wäre einfach zu schön, wenn es jetzt auch noch schneiden würde. Aber ist ja klar, will natürlich, will wieder alles nicht funktionieren, nicht wahr? Ja, nun gut. Morgen ist Heiligabend. Ich räusper euch da, dafür räusper ich euch auch kurz mal gerne ins Mikrofon. Dafür, dass morgen Abend, äh, hier, ne? Heiligabend ist, könnt ihr mal getrost nur ohne ins Mikrofon räuspern. Ähm. Ja, und wie wird es jetzt morgen laufen? So, morgen ist Heiligabend. Ich erwarte eigentlich nicht, dass irgendeiner von euch morgen im Verlauf des Tages auf meinen Channel kommt. Und da, ähm, sich das Video reinzieht. Deswegen wird es wahrscheinlich morgen, also es wird eine Folge geben. Aber erwartet bitte nicht, dass wir da irgendwie eine 15-Minuten-Folge mit, äh, was weiß ich nicht, was machen. Ähm. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Aber es wird wahrscheinlich wirklich tatsächlich eine relativ kurze Folge. Ach, mich kratzt, es juckt, es, nein, es juckt und ich muss mich kratzen. So rum. Wird wahrscheinlich eine relativ kurze Folge. Ähm. Aber. So, ich glaube tatsächlich, an Heiligabend hat man noch anderes zu tun, oder? Seid doch mal ehrlich. An Heiligabend möchte man doch nicht. Ähm. 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 An Heiligabend möchte man ja nicht unbedingt, ähm, sich vor den Rechner hängen und da irgendwie, ähm, ewig und drei Tage irgendwelche Videos gucken. Da hat man andere Sachen zu tun. Also ich habe immer vor Weihnachten noch angefangen, irgendwelche Pakete zu packen. Äh. War natürlich auch immer geschickt, das kurz vor Weihnachten zu machen. Also an Heiligabend zu machen. Aber ging, ne? Kann man mal machen. Ich hatte ein Jahr, da habe ich an Heiligabend noch Geschenke eingekauft. Das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Mach das niemals. Ich sag's euch. Mach das einfach niemals. Ist das ein anderer? Nein. Hallo? Wo sind sie denn jetzt? Ähm. Klopp, 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 klopp. So, eigentlich ist die Zeit auch schon wieder rum. Und eigentlich wollte ich heute gar nicht überziehen. Aber eigentlich tue ich es, glaube ich, gerade schon wieder. Ähm. Nein, das geht nicht. Äh. 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 So und so. So und so. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt wird's hier aber voll freaky. Merkt ihr das? Wie cool ist das, bitte. Guckt euch das mal an. Ist das nicht cool? Können wir hier noch? Nein. 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 Mach das weg. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh nein. Mach das wieder weg. Oh nein, jetzt hat der so einen großen Block gemacht. Oh nein. Mach das wieder weg. Hä? So. Okay. Ähm. Mach den wieder da hin. Das ist cool. Das finde ich schön. Okay. Gut. Ey, das finde ich wirklich gut. Finde ich nice. Okay. Ähm. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Kanal auch, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Drückt die kleine Glocke. Auch wenn sie tatsächlich anscheinend doch nicht funktioniert, so wie sie soll. Und ja, dann wünsche ich allen, die morgen mein Video nicht gucken, schon mal einen wunderschönen Weihnachtsfest. Lasst euch wunderbar beschenken. Und wir sehen uns dann ab dem 25.26. wieder in regelmäßigen, vernünftigen Folgen. Also das Weihnachten hat sich tatsächlich morgen noch einmal eine kurze, kleine Folge. Und dann hat sich Weihnachten für mich aber tatsächlich auch in Minecraft erledigt. Und ja, bis dahin sage ich wie immer, bis denne. Bis denne.